der Fikertschuldigung stellen stellten die was für euch zu mir eure Tochter schickt mich zu euch ich habe es gehört sie war ich sehr dankbar für die Kunde wir schulden euch alle Dank für eure Hilfe bei den Feuern das was redig nehmt euch einfach ein gutes Stück aus meiner Sammlung bleibt das letzte Mal was wollen wir nehmen ein guter Schwert gib mir das Kurzschwert ich sehe ihr versteht euch auch kraftvoll sagt aber jeder ja zum Hof des Königs dann hab ich eine Bitte meine zwei Mündel sind seit dem Angriff verschwunden ihr wollt dass ich ein paar Kinder suche keine Kinder junge Krieger ihre Namen sind Inga und Rolf man berichtet mir sie waren westlich der Burg als der Angriff begann könnt ihr nach innen Ausschau halten wenn ihr nach Westen aufbricht wie erkenne ich sie ich gebe euch meinen Hund ein Auge mit er wird sie aufspüren achtet darauf ob ihr vielleicht irgendwo Fußspuren seht und lasst ein Auge in der Nähe suchen und achtet auf die Untoten ein Auge ist nicht mehr der Jüngste ja also ich bekomme einen altersschwachen Hund sehr toll da verkaufen wir doch lieber mal ein bisschen Gegenstände und kauf uns welche zum Beispiel diesen Streitkolben den kein Schwein von uns tragen kann aber bald dann wenigstens diesen Hammer Hammer, Dolch, Messer, Jagdklinge und Rüstung und zweite Rüstung die Haube und den Stab und den Stab Milizschwert das ist das 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 können wir vielleicht auch verkaufen wieviel Gold brauchen wir denn ich möchte jetzt mal diesen Schild im Fall haben mit dem Krieger dann haben wir jetzt einen schönen Schildkrieger vielleicht eine bessere Waffe noch oder eine Rüstung nein nicht ja dann lassen wir es mal so sortieren wir wieder und weiter geht's noch einen weiteren Käufer äh Verkäufer ach ja den hier aber mit Ringen nur was macht jetzt unser Held los hier haben wir eine weitere Hauptquest wird zumindest durch einen Punkt so signalisiert das heißt aber glaub ich nur Quest nein Quest war dieses kleine was ist das kleine rechteck aber man kann diesen Fest ah ich verstehe Falkenmal ist da doch angezeigt nicht Hedwig achso ok da hast du recht jetzt war ich verwirrt ich habe etwas das eurem Blute würdig ich habe etwas das eurem Blute würdig das ich habe etwas das ich habe etwas das ich habe etwas hier verraten wir verraten Ach, wo kommen die beiden denn hier hin? Sie sind da durchgekommen. Ich verstehe. Ach so, unser Falkmann ist schon vorgegangen. In derweil lässt sich dann hier nichts mehr machen. Dann gehen wir einfach weiter, folgen wir mal Falkmann. Und dieser alte Hund folgt uns auch. Da dürfen sie den Larg aufbauen. Schauen wir uns gleich mal um. Stein, Silber, Lenya, vielleicht auch irgendwo. Nein, noch kein Lenya. Na egal. Ein Reisestein und ein Haupthaus. Gut. Das natürlich gleich uns gehört. Jetzt bauen wir uns mal eine Basis aus. Vielleicht sollten wir das Steingebäude bauen. Wenn wir schon genug Steine haben, dann fangen wir gleich mal an. Also das kann man jetzt auch machen. Man kann ein Steinmetz bauen, dann müssen die Einheiten zu langen rennen. Und ich werde Schattenlidsrat hören, wenn es mir passt. Gut, großer Feldherr. Wir wollen... Das klingt gut. Man kann auch einen Arbeiter bauen, die dann selbstständig Silber absammeln. Oder eben Lenya oder Stein. Das funktioniert nicht immer richtig. Die Arbeiter verwende ich jetzt jedenfalls danach, um eine Schmiede zu bauen. Vielleicht brauchen wir eine Schmiede. Ja... Ja... Das finde ich schlecht. So abgebaut wird, ist schon fleißig. Die Gebäude sind leider etwas groß. Zumindest von hier. Ja, die... Die Gebäude der dunklen Elfen werden etwas kleiner sein. Mhm. Darauf freue ich mich schon, weil es ist immer lästig, einen Platz zu finden. Also hier haben wir jetzt mal den Altar des Lebens. Da könnten wir bis zu dreimal unseren Haupthelden oder sechsmal unsere anderen Helden wiederbeleben. Dann bauen wir gleich mal ein paar berittene Armbustschützen, würde ich sagen. Und auch ein paar... Wir sollten mehr auf berittene Einheiten setzen, würde ich sagen. Vorerst. Wir werden uns die Fähigkeiten der Skelette anschauen. Ganz genau. Ja... Ich... Ich verdränge den Effekt von den Skeletten immer. Der ist... etwas nervtütend. Ich sage mal, so viel auf Armbrustschützen können wir dann so ziemlich ganz verzichten. Lass uns lieber noch ein paar Soldaten bauen. Was für eine Armee wollen wir uns denn aufbauen? Wie groß sollte die nun ungefähr sein? Wir können bis zu 50 Plätze, würde ich einmal schätzen. Sollen wir uns auch so viel am Anfang aufbauen? Wir werden sie noch brauchen. Ja, nur das wird dann halt jetzt etwas dauern. Ja, wir können ja schon mal die Hauptfelden und diese paar Einheiten vorausschicken, weil wir ja das erste wirklich jetzt Lager nicht verstanden. Ja, ja, genau. Entschuldige, diese kurze Unterbrechung. Wenn das so weitergeht, werde ich... Schauen wir uns mal die Fähigkeiten des Skelette an. Ja, hier haben wir eine Fähigkeit... Projektilresistenz. 75% Projektilresistenz. Was natürlich nicht zernend ist. Äh, ne. Überraschend. Das sind ein tolles Abend. Ja, öfters. Ich bin auf mein He Shawn. Ich bin auf dem Namen immer du von deinem Beiner herr. Am ich einfach zu sagen. Ja, ich bin wundern, aber damit finde ich ein Teil. Ich bin auf meine Geord. schaltsam und weil sie alle auch cennen. Irgendwie ich für sie mit ihr, Und was ist das? Ich bin auf die Zeit, das nicht so rechtlich ist, ich bin auf der Seite. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020